Hallo, ich bin die Ronja, ich bin 8 Jahre alt und meine Lieblingsfunde sind die Salukis. Ich erzähle euch halt ein bisschen was über die Salukis und jetzt erzähle ich euch halt was über die Salukis, was sie an mir im Sommer alt sind. Ich mag die Salukis halt so daran, dass sie, weil sie halt ihre Haare an den Ohren haben, so viele Haare an den Ohren haben. Am Spalz genauso. Ihr seht da genauso, denn sie salukiert auch ganz viele Haare an den Ohren und diese salukiert auch. Es gibt auch ein paar Salukis, die keine Haare an den Ohren haben. Die Mama hat mir schon einmal gezeigt. Und jetzt zeige ich euch ein paar Fotos. Die Salukis sind eine sehr sehr alte Hunderasse aus dem mittleren Osten. Die eignen sich sehr gut für Cursing und Rennbahnen. Die Salukis haben einen sehr schlanken Körper. Aber sie ist auch ein bisschen feilt. Und wir zu den Stockmaßen von den Salukis. Die Salukis können bis zu 71 cm groß werden. Die Hündinnen sind ein bisschen kleiner. Ich war zwei Jahre alt. Da bin ich meine erste Salukin, die mitbekommen. Und sie waren meine Beschützerin. Und sie hat immer auf mich gut aufgepasst. Aber leider ist sie mit sieben Jahren gestorben. Ich bekomme auch beide einen eigenen Salukin nochmal. Sie heißt der Klinger. Ja, und ihr werdet dann ein Bild von ihr einigen sehen. Die Mecken sind jetzt insgesamt fünf Wochen alt. Und wir müssen noch ein bisschen warten, bis sie bei uns einziehen kann. Das ist der Klinger. Er ist drei Jahre alt. Er ist ein Krölyhound. Und er ist ein ganz verspielter Hund. Er ist sogar der einzige Hund im Moment. Aber wenn wir ihn gleich machen, würde er auch nicht viel Spaß haben. Wenn du einen Schrein hast, dann lasst doch ein Abo da. Und einen Daumen hoch und freut euch aufs nächste Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.